hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft mit dem momo und den jomo jawohl der jomo ist wieder mit dabei ja und wir sind irgendwo ganz komisch hier ganz komisch hier ja wir sind ja jetzt gar nicht komisch hier ist cool hier ist cool hier ja doch stimmt das ist ziemlich cool hier wir müssen uns mal gucken nice ja ja nice was sind das hier für bäume weiß ich nicht ich habe wieder eine axt und eine schaufel und eine spitze und ein schwert und ich habe auch wieder eine rüstung müssen wir mal gucken aber leider nur eine eiserrüstung cool das sieht cool aus so also du sagst wohin ich bin einfach hinter dir ja okay wir checken das ist mir ja das ist das nächste internet verbindungsmäßig doch doch du bist von einfach mal so zehn meter weiter nach vorne gedingst ja das mache ich manchmal so das ist völlig normal die 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 auch verspielen hallo nur hallo ja wir müssen jetzt mal zu sehen dass wir endlich mal so schwarzeichen finden ja ich habe auch schon geguckt aber ich habe ich keine gefunden da verdammt nochmal da hinten ist Schneeland oh da ist ein Baummensch guck mal da hallo was geht wo ach da wo wie kann man den denn übersehen bitte der ist ja voll riesig alter ich wollte auf den drauf springen du kannst doch nicht auf den Baummensch alter ne das geht wirklich ja das ist ja voll doof ja dann müssen wir mal gucken Mensch du kannst doch in Minecraft nicht einfach auf irgendwelche kreaturen springen warum nicht das ist voll unverschämt alter oh das tut mir leid ja wo ist denn der was denn ach da bist du ah bin ich ein eierkopf ich dachte schon wen suchst du was suchst du ich suche dich ich suche dich ach dies oh ein fuchs ein was ein fuchs ein was ein fuchs ein was ein scherz weiter sag mal fuchs rückwärts keine ahnung boah ich wollte ein spielverderber ne sag mal ähm warte ja 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 zuckuf kommst du eigentlich auf so ne bescheuerte Idee alter ja ich hab nur bescheuerte Ideen hast du noch dein Boot? ähm ich kann mal gucken und nein weil dann reißen wir nämlich jetzt einfach mal hier durch ich hab kein Boot mehr du hast doch den Crafting Table oder? äh ich hab rohes Fleisch ach ja ich hab den Crafting Table warum hab ich rohes Fleisch? frag mich nicht das ist voll witzig in dem Shader leckt hier wenn du irgendwelche Objekte in der Hand hast aber nur wenn du Blöcke in der Hand hast das schwert zum Beispiel nicht ah oh oh danke äh nene nene komm halt da hau rein ja ich mach ja schon ich häng hier voll bescheuert im Boot ja aber dafür hab ich ne Lore warum hab ich jetzt ne Lore? was hast du? ne Lore hä? ich hab die gar nicht mitgenommen ne Lore was ist denn so ne Lore her? keine Ahnung ich hab auch rohes Fleisch cool oh das ist echt ne Lore? ich komm mit ja ich hab ne Lore hm das ist Zauberei alter alter ist Zauberei hier ist Magie im Spiel wow das sieht cool aus ich glaube wir sollten nicht nach rechts da rüber so rüber wir würden dann nämlich in den Schnee was? Schnee wo Schnee? Schnee rechts stimmt aber wenn wir Richtung Schnee gehen wow das sieht cool aus aha fahr einfach mal hier rein so wo kommen wir denn da hin? hör mal ah nein mein Boot ist kaputt ah verdammte Kacke jetzt hab ich schon wieder kein Boot mehr einmal an Land hallo ich bin hier drüben hä? der Typ mit der Fackel der Typ mit der Fackel hallo hallo komm doch hier rüber alter steh nicht so blöd da rum und bewegt dich komm mal rüber oh ich hab was wichtiges vergessen du hast was wichtiges was hast du denn vergessen? ähm zum Start der Aufnahme ach was denn jetzt? vor allem rumspacken hier möglichst immer einmal zwischen Multicore und also immer alles durchgehen ja von Multicore wieder auf Multicore äh und spackt der rum ja irgendwie was machst du da? ich schwimme ich komm jetzt ey wieso machst du das? bist du bekloppt alter gut dann reisen wir jetzt aber mal weiter aber? ja 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 dann hop 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 Höhle Höhle wo? hop 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 da unten ist ne Höhle er macht nix oh ein Haselein ey weißt du was ich jetzt mache? so das ist unser Peter Haar der Haselein Peter Haselein was hab ich denn jetzt noch bekommen? heißt der wirklich Peter Haselein? ja Pfeil runter Peser Peter Haselein ah ne geil warum sitzt der dann auf dir? weiß ich ach so das ist witzig ne? ich weiß nicht warum das so ist das ist sowas von geil ehrlich das ist total bescheuert alter Schwede miau guck mal kannst du hier die Katzen tanken? keine Ahnung er tagt hier irgendwie gerade die ganze Zeit ja oh Lava wo? wo ist Lava? jetzt mal im Ernst wo ist Lava? ja blöd Mann wo ist Lava? du kannst mich doch nicht schlagen alter ich hab Peter Haselein ich hab Peter Haselein tut mir leid nein Pfeil runter Peter ich kann mich gar nicht hitten haha wie kannst du echt nicht? ah wegen Peter Haselein ach so ja dann dann lass das auch besser guck mal wenn ich Peter Haselein jetzt droppe kannst du den dann mitnehmen warte rechtsklick also der läuft jetzt gleich hier rum und dann machst du einfach mal rechtsklick auf Peter Haselein auf Peter Haselein ja ok jetzt sindst du Peter Haselein hey nicht tun ey Peter Haselein naja also Pfeil runter Peter Haselein heißt der hey Pfeil runter Peter Haselein vielleicht mach ich auch mal in Zukunft ein paar Screenshots über F2 das geht ja auch mach ich mal eben ja das tobe ist dann bleibt er einmal kurz stehen und dann zeigt er ein Screenshot gespeichert unter 2014 04 12 13 56 6 PNG super der macht da PNG Dateien raus ja da schreibt er direkt den ganzen Roman und dann sagt er dir wo er das Ding gespeichert hat was ist denn das da hinten links oder rechts ok du gehst nach links ich geh nach rechts ok du checkst den linken weil ich den rechten ja ok Aufteilung und passt gut auf Peter Haselein auf ja natürlich ich passt sehr gut auf Peter Haselein Entschuldigung war nicht der richtige Name Pfeil runter Pese Haselein ja genau Pfeil runter Peter Haselein Haselein Au äh sieht total negativ aus hier alter das ist total negativ ja ey boah boah alter das ist echt schön hier oh ey ah da ist Lava ich hab Lava gefunden super ne ich äh fahr mal hier ein bisschen mit dem Boot rum ne ich guck mal ob ich da vielleicht ja mach mal mach mal mach mal mach mal jung das ist voll schön hier ding 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 nee das sieht hier echt nicht aus als wäre das praktisches so einmal kurz das Boot mitnehmen und dann wieder an Land jetzt müssen wir gucken ah das ist grad ne ja das war tatsächlich ne Krähe auch ach du bist am Rand am Rande der Welt ja am Rande der Welt super am Rande der Welt befindet er sich das macht das krass da rein die Krähen sind ja mal cool alter man kann nichts abbauen wie doof ist denn das? ne wenn ich Haselein auf dem Kopf hab dann geht dort nicht achso nein dann musst du rechtsklick einmal machen dann läuft Haselein aber weg das würde ich dir nicht empfehlen du hast Hase getötet mach nix ich hab die Quittung noch nein nein das geht anders ne das geht warum geht das anders Hase ist tot also den Rest sag ich jetzt nicht weil ne Schleichwerbung und so ja aber das machen wir doch gar nicht hä? das machen wir doch gar nicht ne nein siehste denk ich schon Schnee äh ja ich bin hier im Schnee aber ich bin hier auch nix da aber ich bin hier auch nix da schonig das ist aber richtig voll viel Popo eh voll kaka also ich finde den Sound vom Texturpaket hier echt witzig wenn er die Sound Steve hier runterfällt ich hab irgendwie null Ton und ich reise einfach mal weiter in die Ohr ich hab Kohle gefunden was sagst du? ah ich kack auf die Kohle ne ich meine nicht dich was das denn für ein Viech? woooo 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 ja die machen ganz komische Geräusche was war das denn? hallo? ich bin nicht alleine Hilfe was macht komische Geräusche? ja auch noch irgend so was ganz komisches ah da hinten ist noch mehr Wald wo bist'n du jetzt? bist du in der Nähe vom Wasser? oder bist du an Bergen? äh ich bin hier auf den Bergen so am rumklettern mit Schnee? ja Schnee, Berge und so wie bist'n du hingegangen? also ich bin über so'n See mach einfach T T ähm nee nee du machst T pp na gut dann mach ich das jetzt tslash tp jumbo da bin ich haha guck mal voll schön hier oder? feier runter Peter Hasilei wie geht's? ey das sieht doch richtig geil aus hier da schön Wasser ja stimmt, wie hast du das ein Grundpalte? da die Sonne Ja, ich bin durch den Wald und dann hier immer. Schön, ne? Ja, ist echt schön. Wow. Was für ein Bild. Warte mal, komm mal, komm mal, kommst du zu mir? Du lässt dich um. Wo bist denn du jetzt hingegangen? Ich bin da runter. Ich bin da runter. Ja, wo ist denn da runter? Ah, da, komm mit. Hast du was gefunden? Ja, was, einen schönen Ort. Da ist eine Sonne und da ist... Wo ist noch eine Sonne? Das ist so unrealistisch. Guck mal, da vorne geht die Sonne gerade unter. Und da geht sie gerade auf. Wo ist die Logik? Okay, bei mir jetzt hier. Liegt wahrscheinlich am Shader. Ja, das musst du nicht verstehen. Hier, das hier finde ich voll geil. Hier vorne, da kann man was Schönes hinbauen. Ja, ist echt schön. Ah, schön. Super, und da müsste man eigentlich da die Insel schon da wegmachen, hier aufmachen. Das ist echt mega schön. Ja, leider haben wir keine Karte und wir können kein Waypoint setzen. Ne, das stimmt. Und dass wir uns den Ort halt so merken, Alter. Wie sollen wir das denn machen? Wir werden nie wieder hier hinfinden. Ne, werden wir auch nicht. Mal gucken, ob wir überhaupt wieder zurückkommen. Ach klar, ich hab den Kompass. Ja, das geht alles. Alles ist möglich. Der Kompass wird uns führen. Oder? Wir machen das so, du gehst nach Hause, ich warte hier so lange, und dann teleportierst du dich hier hin und bringst mal Sachen. Dann machen wir das wie so ein, wie heißen die nochmal, diese Warp? Ja, Warpoint. Oder ein Portfarb. Ach, warte mal, du läufst gerade in die falsche Richtung. Wohin soll ich denn? Komm mal wieder hier so mit. Hier. So rüber. Das muss permanente Bewegung sein, Alter, weil ich möchte diese Kacke finden. Diese Kacke finden? Ja, ich möchte ja gerne dein Haus fertig bauen. Ach so, ja. Aber Kacke möchte ich nicht finden. Nee, nee, nee. Nein, nein, ich möchte diese... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, als Schwarzeichen, nein, nicht Schwarzeichen. Wir gehen jetzt weiter darüber. Da hinten ist nämlich noch ein Wald. Ich konnte aber die Bäume jetzt nicht erkennen. Und wo Wald ist, sind Bäume... Ja, nee, ich höre auf zu reden. Das ist schon gut. Ja. Das ist genau die richtige Richtung. Von hier aus kommen wir auch dann wieder nach Hause. Also sollten wir einfach weiter in diese Richtung gehen. Okay, dann machen wir das. Wenn wir auf dem Weg was finden, super. Wenn nicht Pech, dann gehen wir halt woanders hin später. Ja, dann nehmen wir einfach ein anderes Holz. Das geht ja auch. Wir hätten mehr Schwarzeichen mitnehmen sollen. Ja, hätten wir. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir in welche Richtung wir gegangen sind. Das weiß ich noch. Ach so, ich bin übrigens nach links gegangen. Auf den Haufen. Hinter dir. Warum? Oh, da hinten ist noch ein Baum, Mensch. Nee. Das ist schon wieder so ein Duberwald hier. Wo ist ein Baum, Mensch? Da hinten, auf der rechten Seite. Er macht nichts, was Peter Hasilei. Weiß ich nicht. Was Peter Hasilei nicht mehr. Verdammt, ich habe das. Peter Hasilei getötet. Nein, habe ich nicht. Doch. Ach, ich bin ins Wasser gesprungen. Ich glaube deswegen. Er macht nichts, jetzt ist er wieder frei. Peter Hasilei ist frei. Ein von beiden. Nein. Er schwimmt schön. Ja. Hey, wir haben hier in Minecraft Schwimmhasen. Oh, da haben wir noch einen Baum, Mensch. Ach ja, wir sollten ja mal was ausprobieren, ne? Äh, ja. Wenn man die Tüche mit der Axt schlägt, weißt du noch? Ja, äh, ja. Meinst du, der mag das? Man weiß es nicht. Ja, probieren wir es aus. Ähm, wo war denn das? Hier, friedlich. Machen wir einfach mal auf einfach. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So, Kollege, der greift uns schon mal so auch nicht an. Ich mache das mit der Axt jetzt mal. Oh, 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 oh. Was? Alter, was war das? Hilfe, Hilfe. Hat der dich weggeschossen? Ja, der hat mich weggeschossen. Geil, ich würde es auch mal ausprobieren. Das ist nicht geil, ich habe nur noch eine, zwei Herzen. Echt? Ja. Alter. Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Das sei ja mega krass aus. Ich muss hier weg. Alter. Ich habe mich voll gekillt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was ist das? Der ist ja ultra krass. Also, wir wissen jetzt Bescheid. Die sollte man echt nicht angreifen. So hohe sollte man nicht sein. Ich muss gleich was essen. Alter, ich habe mal wieder friedlich gemacht, ne? Jetzt wissen wir, was passiert, wenn man die mit der Axt angreift. Oh, alter, alter. Oh, Kollege. Was greift der mich immer noch an? Der läuft sich immer her, der läuft sich immer her. Da bin ich auch friedlich. Geh weg. Lauf weg, lauf ich, lauf ich, lauf ich, lauf weg. Bei Brust, bleib ruhig, lauf weg. Hallo, lauf, lauf, lauf ich auf ins Wasser. Und wir können im Wasser nichts machen. Wie der läuft. Sie tut er das an. So, der hat jetzt von ihr abgelassen. Alter, fall. Er hat es so mehr leid. Ich bin es ernst. Nein, ich bin es nicht. Los, komm mit. Es geht weiter. Ich muss mich entschuldigen. Der läuft immer noch hinterher. Aber der greift mich nicht mehr an. Ich glaube, das ist jetzt mein Haustier. Ja, genau, das ist ein Haustier. Ein Baummensch als Haustier, ne? Das komische Geräusche, ich finde es cool. Komm, nimm den mit. So, den nehmen wir jetzt. Wir nehmen den. das ist unser was sagten die uhr 15 59 das ist baumbob wir nehmen baumbob mit ist echt die frage kann man die typen themen ich habe keine ahnung das wäre auf jeden fall super aber ich glaube es mal nicht sonst haus hier so ein baumbob er kommt hier einfach überall mit hoch der baumbob ich glaube eigentlich ist er ist eigentlich noch wütend auf mich aber weil ich ihm friedlich bin greift er mich nicht mehr an aber ablassen tut er nicht der hat aber von mir hat er abgelassen da weil ich den hinterher noch geschlagen habe ach so hat er von mir nicht aber hinten sind fichten ist so ein richtiger peter ist das ja baumbob der redet die ganze ich weiß zwar nicht was er sagt aber es ist echt witzig ich zum glück nicht darunter gefallen pass auf da wo die kuh steht nicht runterfallen er könnte wehtun so baumbob ist immer noch ja ich brauche eigentlich nicht gucken der kommt immer da wer ist ja das wo ja da ist ja ist klar mit mit oder bau bas komt mit was ist das denn für monster baum hier ist cool ja mal gucken ob ich wenn ich jetzt diese kuh lang greift der baumba die angreift vielleicht ist er doch mein haustier Na, nein, der will nur was von mir. Ich glaube, der hasst mich jetzt. Ja, der hasst dich. Ich glaube, der läuft jetzt so lange hinter mir her. Ha, ha, er ist hängen geblieben. Oh nein, der am Baumbob. Baumbob, hier, guck mal. Baumbob. Du nimmst ja noch nicht jetzt ernsthaft Baumbob. Doch, da ist jetzt Baumbob. Ich glaube es nicht. Nee, 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 nee. Komm, oh, Baumbob. So, ich wechsle mal das Ressourcenpaket. Okay, ich habe Baumbob wieder bei mir. Ich nehme den mit und dann werde ich weiß, wie man die Tame-Tame ich den. Ferdig. Am besten gucke ich das jetzt gleich mal nach. Ey, das wird crashen, du. Warum? Du hast noch den Beta-Modcore. Und wenn du das jetzt... Drück Escape, Alter, das wird nicht funktionieren. Okay. Nee, ist okay. Du brauchst den Modcore, den ich habe. Das ist jetzt die... Na, nicht so schlimm. Muss ich mal gucken, wenn ich. Ich habe... Ich sehe das jetzt nicht, weil hier ist ein blöd Zeichen von... Ja, was hältst du davon? Wenn wir jetzt nichts mehr finden sollten, nehmen wir einfach hier was von dem Holz mit. Dieses dunkle, das finde ich cool. Oder wir nehmen diese Riesenbäume mit. Das Holz gefällt mir auch. Das ist Eichenholz. Was meinst du? Ach, ist mir eigentlich egal. Wir sollten jetzt aber erstmal Schluss machen. Und dann... Ja, Baumbob, du nervst langsam, Alter. Der läuft mir ganz ehrlich durchs Bild. Baumbob, geh weg, Baumbob. Warte mal, warte mal, warte mal. Ey, warte, bleibst du da stehen? Ja, lauf ruhig hinter mir her, danke. Du sollst da stehen bleiben. Du da, wo wo? Ich? Ja, okay, ich bleib stehen. Hab ich schon... Ja. Bleib da stehen, bleib da stehen. So, du kleiner Baumbob. Haha. Hihi. Gut. Hast du das ein Screen-Shop? Ja, ich habe ein Screen-Shop. Ich und mein Baumbob. Das finde ich super cool. Das finde ich... Was ist das? Sind das Melonen? Nein, aber das sind Kürbisse. Kürbisse? Ja, aber wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffen sehr, dass euch diese Folie gefallen hat. Ja. Und dass ihr dann in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Genau, mal gucken, ob in der nächsten Folge dann der Baumbob wieder mitkommt. Ich hoffe es ja. Ich hoffe es ja. Okay, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.